Komm, 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 ja, aber nur Fickfuck in eurer Fresse, alter, Junge. So wie es scheint, gibt es mal wieder eine neue Map mit dem Namen Gredenkanal, den wir schon mal gesehen haben und zwar, glaube ich, war das mal bei einer Direct gewesen oder irgendwo anders, aber auf jeden Fall wurde uns die schon mal... angeprieset, angeprieset, irgendwie auf jeden Fall, ja, und ja, da würde ich sagen, machen wir direkt nochmal einmal Standardkampf und im Rangkampf, diesmal überspringen wir Artis Gredeber, weil, ja, also es geht direkt hier im ersten Match los, also bis gleich. Tja, so wie es scheint, werden wir im ersten Match umstande kommt, erstmal im Tümmler-Kuppel-Fighten und hier mit dem Turbo Blast in der Hand, mit dem ich mich schon sehr gut eingespielt habe und gehe ich davon aus, wenn die Gegner nicht so asozial sind, wie sie manchmal drauf sind, würde es ein recht gutes Match. Naja, ich bin auf jeden Fall, bin gespannt, wie ich mich jetzt hier so anstelle, immer, ich habe immer so das komische Gefühl, dass ich mich bei Aufnahmen irgendwie bescheuert einstelle, ich habe keine Ahnung warum. Sogar gleich ein Double Geld gemacht. Nice. Sogar G&K, sind auch noch Franzosen. Na gut, aber ich muss sagen, der Turbo Blast plus bekomme ich zwar erst ab dem nächsten Level, aber die normale Variante finde ich schon cool. Okay, das können jetzt heikel werden. Ich habe den noch gekillt, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das war cool. Den auch noch, alter. Läuft ja voll gerade inne. Hä? Ah, scheiße. Aber innerhalb kurzer Zeit, wie viel waren es? Vier Kills oder so? Vier, fünf Kills? Alter, richtig nice. Wie sieht es momentan aus? Na, okay, wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall einfärben, das spielt keine Rolle. Mit dem Turbo Blast geht es einigermaßen. Alter. Alter. Na komm, weiter nach vorne. Der kommt doch jetzt irgendwo von hinten. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ah, du fühlst dich doch cool, ne? Du fühlst dich richtig cool, ne? Aber ich habe keinen jetzt hinter. Ich muss erst mal... Ich muss aufladen. Äh, verdammt. Einfach erst mal hier ein paar Körlingbomben, ne? All aber leider nicht getroffen, ne? So, jetzt aber. Warte aber mal Zeit, ne? Gut, eine Minute, da haben wir noch. Wie sieht es momentan aus? Naja, das sieht immer so... Naja. Naja. Einfach versuchen jetzt, so viel wie möglich noch einzufärben. Auch wenn das mit diesem Turbo Blaster immer so ein bisschen komisch ist. Aber wie gesagt, ich habe mich ja schon eingespielt. Also kenne ich mich noch recht gut damit. Ach, man, das war so lächerlich. Dieser Death. Ah, noch von ihm, bei diesem Kev-Typ. Ich würde jetzt gerne irgendwas sagen, aber... No Ways ist an der Stelle. Deswegen lasse ich es für diesen Kommentar mal gut sein. Also, wurde schon überrollt. Ja, oh. Ey, das wird doch dieser Kev-Typ, ne? Und? Ich glaube nicht, ne. Ne. Das kannst du vergessen. Ja. Das... Ne. Ey, das war ja richtig räudig. Und dann auch noch knapp verloren. Mit 0,1% Unterschied. Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Alles klar. Natürlich. Natürlich. Mhm. Ja. Ja. Klar. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's im Rankampf. Bei meinem absoluten Lieblingsmodus im Turm-Kommando sind wir hier jetzt im Greden-Kanal angelangt. Das ist mein Lieblingsmodus. Äh, Kappa. Aber mal schauen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, jetzt auch wirklich mal zu spielen, ne? Er hat ein schickes Design, muss ich irgendwie sagen. Aber, natürlich geht es hier um den Turm, der ins gegnerische Territorium getragen muss. What the fuck? Als ob ich da ahnen kann, dass im Mittelpunkt da Wasser ist. Ja, das könnte ich ja nicht wissen. Na komm. Ja, verdammt, Mann. Hä, Betrug! Wie viele Hits, wir kassierten da noch? Ja, ey, was für ein Betrug, Alter. Was soll denn der Scheiß, ey? Ohne Witz. Ich meine, gerade mal nur so ein bisschen bekommen. Aber die sind noch in der Mehrheit. Das ist überhaupt nicht gut. Ich versuche jetzt mal hier, den einen hier mal zu töten. Nein, der Sniper geht gerade übelst auf die Nerven. Ja, komm, ey. Ey, das ist doch schon wieder lächerlich, ne? Okay, wir haben es etwas weiter geschafft. Vielleicht sogar bis zum ersten Checkpoint. Aber was soll ich die kommentare mit so hier? Das sieht gut aus. Und sonst war es, das spare ich mir, weil... Alles passiert immer so spontan. Ich habe es privat miterlebt, du kannst. Fast trotzdem, eventuell, es sieht immer auch so aus, als würdest du knapp gewinnen. Aber dann später, ganz spontan, kommt dein Gegnerteam und fick dich weg. Das ist so eine Rotze. Ey, wenn wir sterben sind, ne? Ey, k... Ey, werde ich hier von zwei Leuten angehütet? Also, ich war die ganze Zeit hier nur am Sterben, ey. Was soll denn der Scheiß? Du kannst was, was ich für einen Rang haben, ey. Trotzdem, was du gefakt. Du gehst erst mal sterben. Sniper. Oder halt auch nicht. Ja, ja, du kannst mich sowas mal kreuzweise. Oh, hab ich mich gerettet, alter. Piss dich. Äh, denkst du hier? Du kannst mich tot sehen, das kannst du vergessen. Ist jetzt nichts mehr so eingefallen. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier. Hier. Alles klar. Nice. Haben wir auf jeden Fall sicher sozial gewonnen. Voll verdient. Amina. Nice. Richtig, richtig nice. Auf jeden Fall locker, flockig verdient. Viele Kills. Fünf. Ah, na gut. Na gut. Ist okay. Okay, okay, okay. War wahrscheinlich ein Gegner. Äh, ein Gegnerteam mit hohem Powerpunkt wahrscheinlich. Deswegen hab ich grad zu viel bekommen. Nice. Naja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei der nächsten Runde abläuft. Letzte Runde hier im Rangkampf. Diesmal geht's hier weiter im Korallenviertel. Ah, da bin ich schon mal gespannt, wie es jetzt diesmal abläuft. Aber so schnell wie möglich den Turm anvisieren und für die Gegner keine Möglichkeit geben, an den Turm überhaupt ranzukommen. Aber so wie es aussieht, haben sie es schon längst geschafft. Wo ist denn der Turm überhaupt gerade? Achso, da. Irgendwie, ich blick grad gar nicht richtig durch, hab ich so das Gefühl. Boah, wenn's keiner macht, dann versuch ich's halt. Boah, du Lackaffe. Alter. Jetzt aber jetzt so die ganze Zeit gekennt hätte, kann ja nicht sein, weil er grad eben ja auch erst drauf war. Sonst wär der Turm, sonst hätte der Turm sich ja schon bewegt. Hallo! Hallo! Betrug! Ja, jetzt auf einmal, wenn ich gestorben wäre, es wäre richtig lächerlich. Ich hab, denk schon, vier, fünf Pizza passt. Safe, Mann. Und es wurde irgendwie nicht als Treffer und noch nicht mal anerkannt, irgendwie hab ich so das Gefühl gehabt. Und ich hab einfach irgendwie keinen Aim, ich weiß auch nicht. Kill geklaut, auch geil. Fuck dich. Fuck dich, ey, mit deinem Scheiß 3R-Schwapper, ey. Ah, man hat zickzack. Alter. Wenn wir jetzt einen anderen Modus wie Herrschaft oder so, dann wär's vielleicht eventuell kein Problem, jetzt hier mit dem Turmplaster zu spielen. Aber jetzt irgendwie bei Turmkommando ist es irgendwie, macht's keinen Sinn, irgendwie gerade jetzt hier mit dem Turmplaster zu spielen, hab ich so das Gefühl. Ach komm, fuck mich nicht ab, du. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, nicht auszurasten, aber... Nee. Einfach nur... Nee. 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 das darf nicht wahr sein ja natürlich das kannst du vergessen ja natürlich warum ich bin weggegangen was für eine scheiße ist denn das alter junge vielleicht schaffen wir wenigstens die 23 das wäre schon irgendwie cool aber warum auch als die gegner team ist mal wieder da ne ich versuche es gar nicht erst danke der controller fliegt gleich dann ist er halt im arsch hat ja schon ein paar denn bekommen aber ich muss sagen der poker toller ziemlich robust muss ich mal wirklich sagen props schon cool aber es geht nicht darum ist nicht weg du bist geburt ja wir haben es wenigstens weiter geschafft danke ich bin mal gespannt wie viel im schnitt so die video länge ausreicht hoffentlich noch so eine perfekte länge von eine viertelstunde ich werde es dann danach sehen im schnitt da passt wenigstens über diesen beiden da alles andere ist sowas von der hauptsache bis zu beiden ok wenn man schon eine menge halt gesammelt hat kurs vom nächsten und so und dann halt alles für da ja punkte weg und so dann ist das was schon scheiße bis zum malen alles perfekt alles wurde gemacht ich weiß was danach passiert deswegen werde ich jetzt den part wenden wenn es euch gefallen hat gerne einen daumen hoch und wenn ihr wollen könnt ihr mich auch gerne abonnieren wenn sonst irgendwas noch ist alles in der video beschreibung verfügbar was ist ja alles aber ich sage bis zum nächsten mal und tschau leute macht's gut und ja tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal